Geht los! Vorwärtshoch, ne? Voll geil! Ne, vorwärtshoch und rückwärtshoch. Ne, doch! Hamm von oben! 7,50 Meter über Hammen. Äh, Hammen sag ich schon. Ja, das mach ich, bin ich. Oh, Big Mons hält an. Intox fährt. Ich seh Intox nicht. Intox, ja. Ich komm wieder, jetzt zeig ich euch, wie man montt. 57 Meter über Hammen. Und was sagen wir da alle zusammen? Na, schöne Schaar! Ne, sowas sagen wir nicht. Was ist denn das da hinten, was da so schön leuchtet? Oh, da! Der Bahnhof, ne? Ja, das ist der Bahnhof. Der Bahnhof. Der Bahnhof. Der ist es ja auch. So, einmal nach unten. Hallo! Ja, hast du deine Schuhe einmal schön gezeigt? Ja, guck mal hier, meine Schuhe. Meine Schuhe. Musikexpress verdruckwert. Ich seh das leider nicht unter Brille. Schade. Sorry. Crazy Maus dreht sich, fährt in beide Richtungen. In alle Richtungen. Es bewegt sich! Es bewegt sich! Das hab ich aber jetzt nicht gedacht. Ich will nicht durchwärts fahren. Das ist doch voll scheiße, da kriegt man keinen Fahrtwind ab. Wieso? Juhu! Schießt ihn doch zurück! Oder schießt ihn doch vorbei! In den sieften Himmel! Ja! Meine Beine! Meine Füße! Meine Füße! Meine Füße! 8,5! 1,2,1,8,5! Ja, voren! Yes, yes! Ja, ja! 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 Oh! Oh, leck mich meine Füße, du weh! Oh, eh! Oh, eh! Meine Füße, du weh! Meine auch! Und nochmal! Da spiel ich am Dienstag Fußball. Nochmal! 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 Das ist doch scheiße! Nochmal! 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 Komm schon! Komm schon!